Die waren hundertprozentig hier. Warum sollten die sonst unterstellen? Ich frage was das ist. Das ist eine Weike. Oder eine Leibstandarte. Das ist eine Leibstandarte. Kann ich von hier lesen. Schöne niedrige Nummer auf jeden Fall. Ja? Darf ich bügel schon ein, Alter. Dass der jetzt nichts erkennen kann. Bisschen die Rückseite kontrollieren. Ich könnte nichts mehr machen. Richtig geil. Siehst du? Ich würde sagen, wir machen hier diesen Hang mal ein bisschen. Oder? Hier diesen Streifen. Wo die Löcher sind. Da müssen wir auch mal gucken. Weil da sind auch Unterstände. Und da ist was gewesen früher. Auf jeden Fall. Schön freut mich. Geht schon gut los. Kriegt man die gebogen? Ja, mit Wärme. Ich denke, das geht schon hin. Ja? Ja. Ich weiß es nicht. Zinke braucht. Da steht was drauf, oder? Nee. Ein bisschen was kannst du erkennen. Kompanie 528. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, dass da drauf steht. Ich spieg die jetzt mal auf. Ja, mit Liebe. Ja, mit Liebe. Ich glaube es vertraue mir. Ich spreche die nicht überhaupt. Ja. 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 Ist in Ordnung. Ja, da habe ich gedrückt. Ja. Ja. Ich dachte das wäre... Hier halt, ne? Ja. Die Kasse aber wieder gerade. Aha. Und die gute Seite ist unbeschädigt. Den haben wir jetzt gebraucht. Ja. Ja. Ah, ich glaube auch. Ist doch... Und da... Flug-Ausbildungsregiment. Oder fliege. Ja. Ja. Kann man halt. Allein ist mir jetzt hier mal zwischen den Bäumen. Und hier ist ein besonderes Ding. Es ist mir zur Der Kenjer. Eine Silberfläche, einmal Clappin. Ich bin ein. Und da wurde довольно 늦 grocery pieces. Oder wieder einfangen. Es vale curator und dynamisch. Ja, wir haben. Ich bin sehr werfen. Ja. 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 Ich hab mir die erste irgendwie die andere Seite gesehen ja. Schon ein ganzer scheiße Zielstraße gesehen. Ja leider aber trotzdem geil. Ja das meistens mal die hier oben liegt die scheiße aus. Ja. Der hat aber auch reingebügelt mit. Es ging dir lag relativ tief. Ja? Ja. Halt hier denk ich mal wenn es doll regnet dann kommt es zu mir. Ja. Und das ganze Laub ist da nicht so unheim. Das ist geil hier ist das nicht okay. Ja. 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 Ja.